Auf dieser Plattform hier könnt ihr Geld verdienen, indem ihr einfach nur Daten eintragt und das Ganze wieder und wieder und wieder. Hier könnt ihr zum Beispiel Geld verdienen, indem ihr einfach Übersetzungen anfertigt. Und auf dieser Plattform könnt ihr immer wieder Einnahmen generieren von zum Beispiel 1,45€, 1,55€, dann mal wieder 1,52€ und so weiter und so fort. Ich möchte euch heute in diesem Tutorial wieder vier unterschiedliche neue Plattformen vorstellen, auf denen ihr Geld verdienen könnt und vor allen Dingen langfristig Geld verdienen könnt. Falls euch das Ganze interessiert und ihr wollt auch diese Plattform kennenlernen, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Geld im Internet zu verdienen hat langenhaltend mein Leben verbessert. Ich kann von überall aus auf der Welt arbeiten und ich weiß vor allen Dingen auch, dass ich, selbst wenn eine Einnahmequelle wegfällt, weiterhin richtig gutes Geld online verdienen werde. Es ist also wichtig, dass ihr nicht nur eine Einnahmequelle habt, sondern euch mehrere solide Einnahmequellen aufbaut, von denen ihr auch langfristig leben könnt. Heute in diesem Video möchte ich euch ein komplettes Spektrum an Einnahmequellen vorstellen. Das heißt, einige Einnahmequellen, wo man mit ein paar 100€ pro Mord verdienen kann und andere wieder, mit denen man deutlich auch über 1000€ pro Mord verdienen kann. Einige sind aktiv, andere sind passiv. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil heute sind ein paar richtig spannende Plattformen dabei. Bevor ich hier noch mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch nochmal eine persönliche Bitte an euch. Nämlich ihr wisst, ich publiziere jeden einzelnen Tag für euch neue Videos hier auf diesem Kanal und ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr vielleicht diesem Video hier einen Daumen nach oben geben könnt. Das ist immer gut für einen Algorithmus, dann sehen nämlich auch mehr Leute diesen Content. Und falls ihr gerne mehr grundsätzlich von diesem Content sehen wollt, dann gerne diesen Kanal abonnieren. Ein Button dazu befindet sich unter diesem Video. Einfach einmal kurz auf Abonnieren draufklicken und auf die Glocke, weil dann verpasst ihr keines von meinen neuen Videos mehr. Heute sind wirklich interessante Plattformen dabei, mit denen ihr online Geld verdienen könnt. Und ich möchte direkt mal mit dieser Plattform hier starten namens Toolingo. Toolingo ist eine Plattform, die für euch Texte übersetzt, beziehungsweise Kunden. Gehen dann auf diese Plattformen drauf, die haben einen Text, den sie gerne übersetzt haben wollen. Und dann gibt es menschliche Übersetzer, die das Ganze machen. Nämlich, warum sage ich menschliche? Heutzutage gibt es viele Plattformen, die halt auch mit KIs arbeiten. Hier ist es tatsächlich aber so, dass wir auf der Plattform als Übersetzer arbeiten können, Texte übersetzen können und damit natürlich auch Geld verdienen können. Und das Ganze geht wie folgt. Ihr geht zwar alle erstmal auf die Webseite von Toolingo, also Toolingo.com. Sobald ihr es getan habt, scrollt dann hier ganz nach unten. Und wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr ganz, ganz weit hier unten den Button sehen Übersetzer werden. Dort klickt ihr einmal kurz drauf, dann werdet ihr weitergeleitet zu diesem Bereich hier. Und hier könnt ihr jetzt direkt eure Bewerbung beginnen. Das heißt, ihr könnt hier unten erstmal euren Vornamen, eure Nachnamen eingeben, eure E-Mail-Adresse, eure Telefonnummer und dann auch die Vendor-Muttersprache. Das heißt, mit welcher Sprache kennt ihr euch richtig gut aus, welche spricht ihr am besten. Dann darunter geben wir die Nachricht ein, hier würde ich ein schönes Anschreiben verfassen, würde also praktisch sagen, okay, ich bin Übersetzer, würde also Texte zum Beispiel übersetzen können ins Deutsche, ins Englische oder halt auch in andere Sprachen. Und dann habt ihr unten euren Dokumenten-Upload. Hier wollen die von euch natürlich auch Referenzen haben, sei es zum Beispiel ein Lebenslauf und andere Nachweise. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Qualifikationen in diesem Bereich habt oder zum Beispiel vielleicht doch bereits für andere Arbeitgeber gearbeitet habt, dann kann man das sicherlich auch als Qualifikation sehen. Das heißt, ihr ladet erstmal hier euren Lebenslauf hoch und dann darunter könnt ihr weitere Nachweise über eure Fähigkeiten hochladen. Dann klickt ihr hier auf, ich stimme zu, nicht stimme zu und dann klickt ihr auf Abschicken und anschließend dann wird die Bewerbung bei der Plattform eingereicht. Und wenn ihr gut genug seid bzw. wenn ihr für die interessant seid, dann melden sie sich selbstverständlich bei euch und dann werden sie natürlich nochmal gucken, wie gut seid ihr wirklich. Und dann werdet ihr schon auf der Plattform angenommen und könnt direkt die ersten Einnahmen generieren. Eine weitere Plattform, die ich ziemlich spannend finde, ist diese Plattform hier namens Clickworker. Clickworker ist eine Plattform, auf der ihr jetzt nicht unbedingt reich über Nacht werdet. Das ist praktisch so ein Pendant zu der Plattform Amazon Mechanical Turk. Und auf Trustpilot hat die Plattform auch extrem viele gute Bewertungen. Es gibt aber natürlich auch viele Leute, die sagen praktisch, okay, die Einnahmen sind mir nicht hoch genug. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einfach nur ein paar hundert Euro pro Mord extra haben wollt, ja, dann ist Clickworker etwas für euch. Wenn ihr zum Beispiel über 1000 oder 2000 oder 5000 Euro pro Mord verdienen wollt, dann ist Clickworker vielleicht nicht unbedingt die richtige Plattform für euch. Was genau müsst ihr hier über die Plattform machen? Ihr müsst praktisch Daten eintragen. Ihr verbessert zum Beispiel künstliche Intelligenzen, indem ihr den künstlichen Intelligenzen dabei helft zu erkennen, ob zum Beispiel, sagen wir mal, auf dem Schild die Zahl 74 steht oder ob da vielleicht 72 draufsteht. Und ihr kriegt dann also zum Beispiel Fotos, ihr kriegt dann zum Beispiel irgendwelche Texte, ihr kriegt dann zum Beispiel irgendwelche Zeilen oder Lücken, wo was fehlt. Und ihr müsst etwas erkennen, müsst etwas eintragen und damit macht ihr diese künstliche Intelligenz besser. Und dafür werdet ihr bezahlt. Ihr klickt dann hier oben einfach auf Geld verdienen als Clickworker, dann werdet ihr weitergeleitet direkt zu dieser Seite hier. Und hier steht dann auch, Geld verdienen überall und jederzeit. Menschen sind glücklicher, wenn sie finanziell unabhängig sind. Wir helfen dir dabei. Werde Teil einer starken Community und verdiene einfach und sicher, von wo du möchtest. Und dann gehen wir also hier nach unten, können nochmal uns ein paar Dinge über die Plattform durchlesen. Es geht halt einfach darum, KIs zu verbessern und vor allen Dingen geht es um dieses Microtesting. Ihr könnt euch das Geld ausbezahlen lassen via PayPal, via SEPA oder auch via Payoneer. Also wirklich ziemlich, ziemlich einfach. Und es reicht auch völlig für euer persönlicher PayPal-Account bzw. persönlicher Payoneer-Account. Und ihr klickt dann also praktisch hier oben einfach nur auf Registrieren drauf. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr hier in weitergeleitet, könnt eure Daten eingeben, klickt dann unten auf Fortsetzen. Und dieser Bewerbungsprozess dauert ungefähr 5 Minuten und dann seid ihr bereits in der Plattform drin. Ihr müsst noch approved werden natürlich von der Plattform. Das heißt, die müssen euch erstmal zur Plattform zulassen. Wenn dem aber so ist, das heißt, wenn ihr akzeptiert werdet, könnt ihr direkt loslegen. Und ich sage euch folgendes, also eigentlich wird hier so gut wie jeder akzeptiert, weil es jetzt nicht unbedingt eine Plattform ist, wo man geraume Qualifikationen für mitbringen muss. Und dann die nächste Plattform ist diese hier namens Horizon Panel. Horizon Panel ist auch eine von diesen Plattformen, wo ich sage, ja, 100, 200 Euro Bonds sind möglich, aber jetzt nicht unbedingt 1.000 Euro pro Monat sind möglich. Es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der ihr Geld verdienen könnt mit eurer Meinung, also Meinungsforschung. Und ich habe euch übrigens zu dieser Plattform hier einen Link in die Videobeschreibung reingetan. Ihr könnt auch hier wieder Prämien verdienen, das heißt, hier gibt es dann zum Beispiel solche Prämien wie irgendwelche Gutscheine, aber ich persönlich bin eher ein Freund davon, mir das Ganze auszuzahlen direkt via ganz normale Banküberweisung. Zum Beispiel, wenn ihr die ersten 10 Euro verdient habt, könnt ihr eine IBAN-Auszahlung machen, halt über 10 Euro. Oder wenn ihr 15 Euro verdient habt, Auszahlung über 15 Euro oder wenn ihr 20 Euro verdient habt, alles direkt auf euer Konto. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte eher einen Flixbus-Gutschein haben oder eher zum Beispiel einen Event-Time-Gutschein oder dergleichen, könnt ihr das selbstverständlich auch hier jederzeit bekommen, wenn ihr diese Umfragen durchführt. Ihr klickt einfach nur hier auf Registrieren drauf. Einen direkten Link habe ich euch, wie gesagt, in die Videobeschreibung reingetan. Dann gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse ein, legt ein Passwort fest, wiederholt euer Passwort, akzeptiert dann die Teilnahmebedingungen und dann klickt ihr unten auf Registrieren. Ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein, um auf dieser Plattform hier arbeiten zu können. Und genau, es ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr werdet damit nicht reich über Nacht werden, aber wenn ihr halt einfach nebenbei ein bisschen Geld verdienen wollt, ist die Plattform hier sicherlich nicht uninteressant für euch. Deswegen, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Und dann die letzte Plattform, die ich euch zeigen möchte, ist nochmal die Plattform Naga. Viele von euch hatten mich über letzte Woche hier neu kopiert auf der Plattform und ich möchte euch einfach mal die Plattform an sich zeigen und euch vorstellen, wie Naga funktioniert. Also, Naga ist eine Plattform, auf der ihr Trades kopieren könnt von erfolgreichen Tradern. Ich bin derzeit einer der Top-Trader auf dieser Plattform hier. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt euch hier anmelden und meine Trades kopieren und euch dadurch ein passives Einkommen aufbauen. Ich habe euch mal einen Link zu Naga in die Videobeschreibung reingetan. Ihr klickt einfach nur hier rechts oben auf erste Schritte drauf. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr hierhin weitergeleitet, legt euren Account an. Das Ganze ist komplett kostenfrei. Und wenn ihr dann euren Account habt, dann könnt ihr hier auf der linken oberen Seite nach Leon Schottari suchen. Das heißt, einfach meinen Namen eingeben, zusammengeschrieben ohne Bindestrich oder ohne irgendwie Freizeichen oder dergleichen. Also zusammengeschrieben Leon Schottari. Dann werdet ihr hierhin weitergeleitet und ihr könnt sehen, 57 von euch kopieren bereits meine Trades auf dieser Plattform hier. Und ihr könnt das auch machen, indem ihr einfach bei euch dann hier unten auf den Autokopieren-Button draufklickt. In meinem Fall wird natürlich jetzt der Button nicht angezeigt, weil ich in meinem Account eingeloggt bin. Und wir können jetzt zum Beispiel hier auf die Trade schauen. Also wirklich nonstop rund um die Uhr trade ich hier für euch und hole wirklich diese kleinen Profite immer rein. Und manchmal natürlich, und ich glaube, das ist auch wichtig, euch zu zeigen, schließe ich selbstverständlich auch mal einen Trade im Negativen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Trade offen lasse für Ewigkeiten, dann wird natürlich dieser Trade den Account belasten. Und ich bin eher so, dass ich sage, okay, wenn es sinnvoll ist, dann schließe ich selbstverständlich auch mal die Trades. Aber hole euch direkt nonstop wieder die Profite anschließend rein. Also ihr seht es auch immer hier wirklich im Minutentakt kommen die Profite rein. Und das werde ich auch definitiv über die nächsten Wochen und über die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre, für euch machen. Deswegen, Link zu Naga ist in der Videobeschreibung drin, falls ihr euch ein passives Einkommen aufbauen wollt. Einfach nach Leon Schottari suchen und dann auf den Autokopieren-Button draufklicken. Das war es nun heute hier schon für dieses Video. Ein Link zur Plattform Horizon Zoom Panel und auch nochmal ein Link zu Naga sind in der Videobeschreibung drin. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.